Mein Name ist Markus Tenzler, ich bin seit elf Jahren bei Arthur Welter beschäftigt, bin 46 Jahre alt und im Fernverkehr. Arthur Welter würde ich einem Kollegen deshalb empfehlen, weil sehr pünktliche Bezahlung, sehr soziale Arbeitsbedingungen, Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, sehr gutes Arbeitsmaterial und ein sehr gutes Arbeitsumfeld. Mit modernem Material ist ein sehr großer Vorteil, weil es erleichtert die körperliche Arbeit. Ein eigener LKW ist ein großer Vorteil, weil es ist, wie gesagt, Wohnzimmer für die ganze Woche. Die Privatsphäre ist gegeben und man passt auch dementsprechend aufs Material auf. Die Atmosphäre ist ein sehr großer Pluspunkt, weil gleich der Größe vom Betrieb ist es trotzdem ein sehr familiärer Umgang. Ich persönlich habe es auch schon anders erlebt in anderen Firmen und bis jetzt, wie gesagt, bin ich mit den Arbeitsbedingungen sehr zufrieden und das ist ein sehr familiär geförterteres Leben.